Falls du noch Geld in GTA Online brauchst, um dir alles zu kaufen, dann denk dran, bei JG Gaming gibt es immer noch die DLC-Rabatte. Erster Link unter dem Video in der Beschreibung. 50% auf alles mit dem Code Venom10. Neue Eventwoche in GTA 5 Online. Damit, moin Leute, VenomMZ wieder bei, herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Falls du neu bist, das Ganze irgendwie über die Suchleiste oder so gefunden hast, gerne ganz kurz ein Abo da lassen, auf jeden Fall die Glocke aktivieren, gerne ein Like da lassen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Aber eine kurze Info, dieses Eventwochenvideo wird, so wie auch letzte Woche ohne Ton, liegt daran, dass ich jetzt gerade, wenn du das hier siehst, in Urlaub bin. Heißt, dort habe ich leider keinen PC, keine Konsole. Dieser Ausschnitt gerade, den ich hier aufnehme, der ist auch schon vor einer Woche aufgenommen, also habe ich zu Hause aufgenommen. Deswegen, wie gesagt, die Info an euch. Gleich bekommt ihr alle Infos zur Eventwoche, aber eben ohne Ton, weil ich gerade in Spanien bin. Ab nächster Woche Eventwochenvideos und Eventwochenstreams wieder ganz normal. Viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020